Ich mich mit konstanter Geschwindigkeit bewege, also 6 Meter pro Sekunde oder 22 Kilometer pro Stunde, gilt V ist S durch T, sauber geschrieben, Delta S durch Delta T, Streckenänderung durch Zeitänderung. Bewege ich mich mit konstanter Beschleunigung, gilt A ist V durch T und wieder sauber, Änderung der Geschwindigkeit durch Änderung der Zeit, Delta V durch Delta T. Außerdem gilt V Quadrat ist 2AS, Geschwindigkeit ist Beschleunigung mal Strecke und S gleich 1 halb AT Quadrat. Also mit diesen 1, 2, 3 Formeln kriegt man jede Bewegung mit konstanter Beschleunigung hin. Außerdem gilt immer der zweite Newton, F ist Masse mal Beschleunigung, F ist M mal A. Genau, und wichtig ist eben dieser Balken, man ist entweder im ersten Fall oder im zweiten Fall und darf die Formeln nicht durcheinander mischen. Also die einen Formeln ins eine, die anderen ins andere. Mag jetzt ein bisschen unbefriedigend sein, wenn man in den echten Straßenverkehr rausschaut, also so ein reales Zeitgeschwindigkeitsdiagramm. Wenn ich bei der Ampel losfahre, dann muss ich ja schalten, bin ich so gleichmäßig und was weiß ich. Aber ich kann da immer Phasen finden, wo ich näherungsweise A ist konstant finde und näherungsweise V ist konstant finde. Also die Formeln sind gar nicht so schlecht, sind eine Nährung, mal eine gute, mal eine schlechte Nährung, aber die ermöglichen es uns mit wenig Aufwand viel zu rechnen.